Hallo und willkommen zu meinem nächsten Wunsch. Ich wünsche mir... Ich komme ein bisschen vor wie ein Ego-Monster, weil es immer so viele Wünsche sind. Aber das Ding ist, man darf sich auch mal was wünschen. Und ich wünsche mir, ich möchte noch ganz, ganz viel Zeit mit meinen Großeltern haben. Ja, das ist sowas... Das ist sowas, was man echt... Ja... Eigentlich sollte man das nicht sagen, weil dann hat man ja den Gedanken, dass die Zeit nicht mehr lange sein könnte. Und das ist dann furchtbar, aber ich möchte halt, dass wir noch viel Zeit miteinander haben, also... Ja... Ich möchte noch so viel Zeit mit meinen Großeltern haben, wie es nur irgendwie möglich ist, weil... Ja, weil sie haben mich mit groß gezogen und sie sind mir wichtig. Und ich verbringe fast jeden Tag praktisch damit... Ja, mit ihnen zu reden, mit ihnen Zeit zu... Mit ihnen... Mit ihnen mich auszutauschen und sie sind einfach sehr wichtig in meinem Leben, also... Ich will viel Zeit mit meinen Großeltern und meinem Großvater vor allem und auch mit meiner Großmutter. Ja, ja... Weil... Besser als Granny und Grandpa gibt's... Geht's für mich nicht und ja... Guten Morgen. Hat 오빠 eigentlich schon die zweite Impfung bekommen? Morgen. Ah... Gut. Entschuldigung, dass ist wichtig wegen... wegen Kaffeekuchen. Ja... Das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann. Weil mehr kann man da ja nicht dazu sagen. Und ja... Wir sehen uns bei meinem nächsten Wunsch. Bis dann. Tschüss.